So, für alle jene unter euch, die es sowieso nicht interessiert, nein, ich spiele nicht Robocop, es gibt einen neuen Kanal, wie schön, noch einer, VR-Schwert, wird hier drunter natürlich verlinkt, warum gibt's den? Ganz einfach, weil VR gibt zitterige, wackelige, langsame, was weiß ich, Bilder, also ich seh's hier ganz toll, ihr seht's richtig ruckelig und scheiße, aber für die, die rausfinden wollen, wie sieht denn VR aus, wie funktioniert VR, wie sieht's denn nachher wirklich aus und so weiter und so fort, gibt's halt einen eigenen Kanal, damit ich euch in den normalen Kanälen damit nicht belaste, ja, wer also was über VR sehen will oder was ich damit so rumkaspere, der wird nicht drumherum kommen, auf den Kanal zu hüpfen, ihn möglicherweise zu abonnieren, ja, und an den Anblick könnt ihr euch schon mal gewöhnen, nein, ich seh die Kamera nicht, obwohl hier zwei kleine Außenkameras sind, da muss ich also auch nochmal irgendwie hinterkommen, zusätzlich gibt's auch noch Innensensoren, ja, VR ist verletzungsriskant, verletzungsanfällig, wenn ihr also sehen wollt, wie ich so mein Interieur in diesem Raum zerschmettere, wie meine Gelenke an diversen Möblierungen zerschelle, dann müsst ihr den Kanal abonnieren oder zumindest mal hier und da in die Dings reingucken, denn wie gesagt, mit VR werde ich euch auf den anderen Kanälen nicht großartig beleidigen, die Belästigen, was auch immer, also, kommt rüber, guckt's euch an und dann, ne, bis später, der Augenkontakt ist immer so eine Sache mit dem Dingern, ach, ihr seid's,